Es ist angerichtet, meine Damen und Herren, jetzt geht's um die Wurst, ne, Entschuldigung, um den Lübser. Auch das nicht, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es wahrscheinlich vorteilhaft wäre, gerade bei diesen Temperaturen mit dem Alkohol noch ein bisschen zu warten, gerade dann, wenn man auch vielleicht noch sein Auto fehlerfrei und problemlos nach Hause pilotieren will und dann natürlich noch viel mehr, wenn da so wertvollste Pferde draufstehen wie bei ihm, bei Felix Hassmann. Der kommt jetzt und zwar mit seinem Bacchus. Gut, auch wenn der Bacchus der König des Weines ist, wird er sie jetzt hier in diesem Bierfinale, dem Lübser Youngster-Tourfinale garantiert alles geben und was sind die schnell herum zu diesem Schmetterlingssprung. Nr. 2, der jetzt hier als Steilsprung dreht. Man muss richtig viel zirkeln, um dann bis zum Ende zu kommen und das tun die. Und das war schon mal ein Auftakt, absolut nach Maß von Felix. Felix Hassmann ohne Punkte 38,09 Sekunden. Felix Hassmann, der mit Bacchus 38,09 Sekunden unglaublich flott war. Und jetzt müssen wir vielleicht einmal etwas noch einmal durchsagen. Das Ganze notiert. Sie sind natürlich alle herzlich eingeladen, wir verstehen auch, dass Sie sich einen Sonnenschutz hier kreieren, aber wir würden Sie schon bitten, wenn Sie das da vor dem Wippbereich machen, dass Sie unseren Ehrengästen nicht die Sicht verschweren und vor allem bitte nicht aufbauen. Hindernis Nummer 2 davor ist nämlich mit im Stechen und ich glaube, es wäre ungünstig, wenn wir da ein Pferd jetzt durcheinander bringen, wenn da auf einmal mal so ein Zelt hochkommt.